Antenne des Radio News mit Julia K. Der Lastag, den 23.07.1998 Gary hat sich von den Spice Girls getrennt, weil sie eine Krankheit hat. Die Spice Girls machen nur noch zu viert weiter. Dann viel Spaß. Musik. Mamona hat schon wieder ein neues Lied. Sie hat viele Lieder von Salem umgeschrieben. Sie ist groß rausgekommen in den Charts. Jetzt steht sie auf dem ersten Platz. Die Ärzte haben auch einen neuen Song geschrieben. Der Song heißt Männer sind Schweine. Report. Ramona hat am Dienstag, den 28.07.1998 ein Konzert von Sailor Moon. Sie eröffnet auch an diesem Tag ihren Fernsehgarten. Und jetzt zum Wetter mit Angelika Siebert. Ja, hallo meine Damen und Herren. Niedersachsen Sonne, Nordrhein-Westfalen bewölkt. Mecklenburg vorkommend. Regen mit Sonne, Sachsen-Anhalt Sonne. Schleswig-Holstein bewölkt mit Sonne. Bayern bewölkt. Baden-Württemberg Sonne. Sachsen, Regen und zwischendurch Sonne. Rheinland-Pfalz bewölkt. Wettertext. Zum Sommer soll die Sonne scheinen. Damit man glücklich ist daheim. Und jetzt die Verkehrsnachricht mit Ramona. Stau. A2, 3 Kilometer Stau. A7, 1 Kilometer. Im Warndreieck 5 Kilometer. B3, 2 Kilometer. A5, 100 Kilometer. A3, 6 Kilometer. Und die Autobahn, die ich jetzt nicht angesagt habe, da ist überall Freifahrt. Das waren die Antennenachrichten. Antenne, das Radio. Am Mikrofon ist Ramona. Und Sie hören jetzt das Lied von den Ärzten. Männer sind Schweine. Viel Spaß. Und gute Fahrt weiterhin. Hallo mein Schatz, ich liebe dich. Du bist die Einzige für mich. Die anderen find ich alle doof. Deswegen mach ich dir den Hof. Du bist so anders, ganz speziell. Ich merke sowas immer schnell. Jetzt zieh dich aus und leg dich hin. Weil ich so verliebt in dich bin. Gleich wird es dunkel. Bald ist es Nacht. Da ist ein Wort der Warnung angebracht. Männer sind Schweine. Traue ihnen nicht, mein Kind. Und sie hören jetzt das Lied von Blümchen Bumerang in der Luft. Viel Spaß. Und gute Fahrt weiterhin. Die anderen find ich immer wieder bei dir an. Die anderen find ich immer näher an mich an. Ich schieb so schnell ich kann in deine Umlaufbahn. Da bleib ich einfach hart und irgendwann denkst du mich an. Buhh-u-umbh-u-buchh. Buhh-u-buhh. Buhh-u-buhh. Buhh-u-untery. Oh, oh, oh! Radio. Am Mikrofon ist Ramona und Sie hören jetzt das Lied von Ramona Sailor Saturn. Viel Spaß. Sailor Saturn. Sailor 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 Saturn. Ha 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 Sailor, 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 Saturn, Sailor, 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 Saturn, sie hofft, einen ganzen Planeten zu zerstören. Und sie ist die Freundin von Sailor Shibimun. Sie sind die besten Freunde, die man sich kaum vorstellen kann. Sailor, 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 Saturn, Sailor, 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 Saturn, sie kämpft für die Liebe und Gerechtigkeit. Sie ist die Sailor Kriegerin des Todes. Sie will eigentlich die Erde vernichten, aber sie rettet die Erde. Sailor, Saturn, kriegt meistens Schwäche an den Fall, aber das hält sie nicht auf. Sie kämpft für die Liebe und Gerechtigkeit. Ja, das ist das Einzige, was zählt. Sailor, 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 Saturn, Sailor, 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 Saturn. Antenne, das Radio. Hallo! Am Mikrofon ist Ramona und sie hören jetzt das Lied von den Ärzten. Männer sind Schweine noch kürzer. Viel Spaß! Hallo mein Schatz, ich liebe dich, du bist die Einzige für mich. Die anderen find ich alle doof, deswegen mach ich dir den Hof. Du bist so anders, ganz speziell, ich merke sowas immer schnell. Jetzt zieh dich aus und leg dich hin, weil ich so verliebt in dich bin. Gleich wird es dunkel, bald ist es Nacht. Da ist ein Wort der Warnung angebracht. Männer sind Schweine, traue ihnen nicht, mein Kind. Sie wollen alles Seine, weil Männer nun mal so sind. Ein Mann fühlt sich erst an, als Mann, wenn er es dir besorgen kann. Er lügt, dass sich die Balken biegen, nur um dich ins Bett zu gehen. Antenne, das Radio. News mit Julia. Donnerstag, den 23.07.1998. Gary hat sich von den Spice Girls getrennt, weil sie eine Krankheit hat. Die Spice Girls machen nur noch zu viert weiter. Wir haben viel Spaß. Musik. Ramona hat schon wieder ein neues Lied. Sie hat viele Lieder von Selamon geschrieben. Sie ist groß rausgekommen. In den Schal steht sie auf den ersten Platz. Die Ärzte haben auch einen neuen Song geschrieben. Der Song heißt Männer sind Schweine. Report. Ramona hat am Dienstag, den 28.07.1998 ein Konzert von Selamon. Sie eröffnet auch an diesem Tag ihren Fernsehgarten. Und jetzt zum Wetter mit Angelika Siebert. Ja, hallo, meine Damen und Herren. Niedersachsen, Sonne. Nordrhein-Westfalen bewölkt. Mecklenburg, Vorkommand, Regen mit Sonne. Sachsen-Anhalt, Sonne. Schließe-Kallstein bewölkt mit Sonne. Bayern bewölkt. Baden-Württemberg, Sonne. Sachsen, Regen und Zwischendurch, Sonne. Rheinland-Pfalz bewölkt. Wettertext. Der Regen, der hört nimmer auf. Die Sonne, die nimmt ihren Lauf. So geht das schöne Wetter hin. Was morgen ist, das weiß kein Kind. Und jetzt zum Wetterbericht mit Ramona Köhler. Stau. A2 3 Kilometer, A7 1 Kilometer, im Warndreieck 5 Kilometer, B3 2 Kilometer, A500 Kilometer, A3 6 Kilometer. Die Autobahn, die ich nicht angesagt habe, dort ist freie Fahrt. Das waren die Antenne Nachrichten. Antenne, das Radio. Am Mikrofon ist Ramona. Und sie hören jetzt das Lied von Julia. Hier kommt Zähnermun. Viel Spaß. Zähnermun. Sie war gerade 14 Jahre alt. Hier kommt Zähnermun. Sie war gerade 14 Jahre alt. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Hier kommt Zähnermun. Sie war gerade 14 Jahre alt. Hier kommt Zähnermun. Sie war gerade 14 Jahre alt. Sie begegnete eine Katze. Die Katze, die hieß Luna. Sie suchte Zähnermun schon lange und sagte zu Zähnermun. Du musst dich jetzt verwandeln. Und die Katze schenkte Zähnermun eine wunderschöne Brosche. Damit konnte sie sich verwandeln. Die Katze sagte zu Zähnermun. Jetzt pass mal auf. Sag jetzt das Wort. Macht der Mondnebel. Macht auf. Das tat sie auch. Wie ist ihr Befehl? Das tat sie auch. Wie ist ihr Befehl? Sie verwandelte sich in Zähnermun. Und sie kämpfte immer zu. Doch sie wusste nicht mehr weiter. Da kam jemand. Der war auf Zähnermuns Seite. Und dieserjenige hieß Tuxedo Mask. Die Katze sagte dann zu Zähnermun. Jetzt pass mal auf. Benutz dein Stirnreif. Und sag jetzt. Mondsteinflieg und zieg. Das tat sie auch. Wie ist ihr Befehl? Das tat sie auch. Wie ist ihr Befehl? Sie beseitigte die Gegner. Und sie freute sich sehr. Dass sie jemanden kannte. Der sie immer half. Und jetzt pass mal auf. Hier kommt Zähnermun. Zähnermun. Sie war gerade 14 Jahre alt. Hier kommt Zähnermun. Zähnermun. Sie war gerade 14 Jahre alt. Hier kommt Zähnermun. Zähnermun. Sie war gerade 14 Jahre alt. Hier kommt Tuxedo Mask. Tuxedo Mask. Er war Zähnermuns Begleitperson. Doch einige Zeit später tauchte noch eine Kriegerin auf. Sie hieß Zähnermun. Sie kämpfte für Liebe und Gerechtigkeit. Und jetzt pass mal auf. Und jetzt pass mal auf. Sie war ein Genie in der Schule. Sie war gut. Sie hat ein kluges Köpfchen. Sie hat einen Computer. Damit sie Geheimgänge herausfinden kann. Und jetzt pass mal auf. Hier kommt Zähnermun. Zähnermun. Dann noch nach einiger Zeit tauchte noch eine Kriegerin auf. Sie hieß Zähnermun. Und sie stand für Liebe und Gerechtigkeit. Sie arbeitete im Tempel. Half Zähnermun. Bei jeder Gefahr. Und jetzt pass mal auf. Hier kommt Zähnermun. Zähnermun. Sie war gerade 14 Jahre alt. Hier kommt Zähnermun. Zähnermun. Sie war Zähnermuns Begleitperson. Dann nach einiger Zeit tauchte noch eine Kriegerin auf. Eine vierte Zähnermun. Zähnermun. Sie stand für Liebe und Gerechtigkeit. Genau wie die anderen drei. Und sie verknallte sich oft in einen Jungen, den sie für ihren Ex-Freund hielt. Sie kann echt gut kochen und richtig zuhauen. Und jetzt pass mal auf. Hier kommt Zähnermun. Zähnermun. Sie war gerade 14 Jahre alt. Hier kommt Zähnermun. 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 Sie war Zähnermuns Begleitperson. Und dann nach einiger Zeit tauchte noch eine Katze auf. Und eine Sailor Kriegerin. Die Katze, die hieß Artemis. Und die Katze von Sailormun. Die Katze, nämlich Luna. Und Artemis, die kannten sich. Und dann kam noch eine Sailor Kriegerin. Und dann kam noch eine Sailor Kriegerin. Sie hieß Sailor Venus. Sie wollte nach dem Videospiel benannt. Und sie ist da aufgeweckt. Und sie macht viele Scherze. Und jetzt pass mal auf. Hier kommt Zähnermun. Zähnermun. Sie war gerade 14 Jahre alt. Hier kommt Zähnermun. Zähnermun. Sie war Zähnermuns Begleitperson. Sie suchten alle nach der Prinzessin. Nach der Prinzessin des Mondes. Nach der Prinzessin Serenity. Und ratet mal, wer das war. Das war Zähnermun. Zähnermun. Sie war gerade 14 Jahre alt. Sie dachte sich. Sie dachte sich. Und man bin nicht schon eine Prinzessin. Das war Zähnermun. Zähnermun. Sie war gerade 14 Jahre alt. Sie dachte sich. Sie dachte sich. Und man bin nicht schon eine Prinzessin. Dann war da noch ein Prinz. Er hieß Prinz Endymion. Und ratet mal, wer das war. Das war. Zähnermun. Zähnermun. Er war Zähnermun's Begleitperson. Zähnermun. Zähnermun. Er war Zähnermun's Begleitperson. Er war Zähnermun. 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 Aus jeder Gefahr. Und jetzt passt mal auf. Hier kommt Zähnermun. Zähnermun. Sie war gerade 14 Jahre alt. Hier kommt Tuxedomast. Tuxedomast. Sie sind beide ein Paar. Hier kommt Zähnermun. Zähnermun. Sie war gerade 14 Jahre alt. Hier kommt Tuxedomast. Tuxedomast. Sie sind beide ein Paar. Antenne das Radio. Am Mikrofon ist Ramona. Eine wichtige Durchsage. Stau. A2, 3 Kilometer. A7, 1 Kilometer. Im Wahndreieck 5 Kilometer. B3, 2 Kilometer. A5, 100 Kilometer. A3, 6 Kilometer. Die Autobahn, die ich nicht angesagt habe, dort ist Freifahrt. Gute Fahrt weiterhin. Antenne das Radio. Am Mikrofon ist Ramona. Und Sie hören jetzt das Lied von Blümchen Bumerang. Viel Spaß. Das war's. Denn wann fängst du mich aus? 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 Für Liebe und Gerechtigkeit Sailor Uranus Kämpft mit ihrem Schutzplaneten Uranus Sie hat ein Schwert als Talisman Damit kann sie die Gegner besiegen Sailor Uranus Sailor Neptun Kämpft mit ihrem Schutzplaneten Mit dem Schutzplaneten Neptun Jaaa Sie hat einen Spiegel Als Talisman Damit bekämpft sie alle Gegner Um herauszufinden Wer der wahre Gegner ist Um damit herauszufinden Wer der wahre Gegner ist Sie bekämpft Sie bekämpft alle Bösen Die sie aufhalten wollen Aber sie gewinnt mit Sailor Uranus Den schweren Kampf Und da gibt's noch ne Sailor Kriegerin Sie heißt Sailor Pluto Sie ist die älteste Sailor Kriegerin von allen Von allen Sailor Kriegerinnen die es überhaupt gibt Sailor Pluto ist die älteste Kriegerin Die älteste Kriegerin Sie kämpft mit ihrem Schutzplaneten Mit ihrem Schutzplaneten Pluto Sie hat ein Zepter Zu dem sie das Tor zur Raum und Zeit Jederzeit öffnen kann Sailor Pluto Das war das Stief von Sailor Uranus Das war das Stief von Sailor Uranus Das war das Stief von Sailor Uranus Sie hat sich von den Spice Girls getrennt Weil sie eine Krankheit hat Die Spice Girls machen nur noch zu viert weiter Dann viel Spaß Musik Ramona hat schon wieder ein neues Lied Sie hat viele Lieder von Sailor Moon geschrieben Sie ist groß rausgekommen In den Schals steht sie auf dem ersten Platz Die Ärzte haben auch einen neuen Song geschrieben Der Song heißt Männer sind Schweine Report Ramona hat am Dienstag den 28.07.1998 ein Konzert von Sailor Moon Sie eröffnet auch an diesem Tag ihren Fernsehgarten Und jetzt zum Wetter mit Angelika Siebert Ja hallo meine Damen und Herren Niedersachsen Sonne Nordrhein-Westfalen bewölkt Mecklenburg Vorkommand Regen mit Sonne Sachsen-Anhalt Sonne Schleswig-Holstein bewölkt mit Sonne Bayern bewölkt Bayern Württemberg Sonne Sachsen Regen und zwischendurch Sonne Rheinland-Pfalz bewölkt Wettertext Zum Sommer soll die Sonne scheinen damit man glücklich ist daheim Und jetzt die Wetternachrichten mit Ramona Stau A2 3 km A7 1 km Im Warndreieck 5 km B3 2 km A500 km A3 6 km Die Autobahn die ich nicht durchgegeben habe Dort ist bis jetzt freie Fahrt Das waren die Antenne Nachrichten Antenne das Radio Am Mikrofon ist Ramona Und Sie hören jetzt das Lied von Vanessa und Matthias Zeller Schiebimon ist da Aber Seht ihr, da steht sie Zeller Schiebimon ist da Seht ihr, da steht sie. Sie ist die Freundin von Sailor Pluto und Sailor Saturn. Sie hat die Mutter, sie heißt Sailor Moon. Ihre Mutter ist Sailor Moon. Ihr Vater ist in der Vergangenheit Tuxedo Mask. Ihr Vater ist in der Vergangenheit Tuxedo Mask. Tuxedo Mask hilft Sailor Moon aus jeder Gefahr. Tuxedo Mask hilft Sailor Moon aus jeder Gefahr. Tuxedo Mask hilft auch Gass. Er ist in der Vergangenheit Tuxedo Mask. Jawohl, Sailor Shibi Moon kämpft für den zukünftigen Mond. Sie ist für Liebe und Gerechtigkeit, genau wie Sailor Moon. Das ist nämlich Mutter und auch Ha-Ha-Ha-Ha-Ta. Das sind eben gute Freunde, die kämpfen für die Liebe. Am Mikrofon ist Ramona. Und Sie hören jetzt das Lied von Ramona, Morning Has Broken oder Sailor Moon ist glücklich. Viel Spaß. Sailor Moon ist glücklich, weil sie Prinzessin ist. Sie ist nun glücklich, weil sie eine Familie hat. Sie hat eine Tochter, sie heißt Sailor Shibimun. Und ihr Freund ist Prinzessin Gimion. Sailor Moon heißt Prinzessin Serenity. Sie lebt mit ihrem Mann, Prinz Endymion. Und mit ihrer Tochter Sailor Shibimun. Und sie sind glücklich, weil sie in Frieden leben können. Sailor Merkur beschützt die Königin. Nämlich die Königin und den König. Und die Prinzessin Sailor Shibimun. Das tun die Sailor Krieger, Sailor Merkur. Und Sailor Mars. Sailor Jupiter. Und Sailor Jupiter. Und Sailor Uranus. Und Sailor Uranus. Und Sailor Neptun. Und Sailor Pluto. Sie bewacht das Tor zu Raum und Zeit, das sie nun ganz zulassen muss. Und Sailor Saturn. Und Sailor Saturn. Sie wollte die Erde besiegen. Sie war der Messias der Stille. Sie kämpft aber für die Liebe und Gerechtigkeit. Jetzt sind die Sailor Krieger alle glücklich. Das ist das Beste, was überhaupt zählt. Sie leben auf dem Mond. Sie leben auf dem Mond. Alle Stille Krieger. Und sie sind glücklich, dass nichts mehr passiert. Morning has broken. Like the first morning. Blackbird has broken. Like the first bird. Blackbird flies for the singing. Blackbird flies for the morning. Blackbird flies for the springing. Fresh from the world. Antenne. Das Radio. Muse. Mit Julia. Tollerstag, den 23.07.1998. Gary hat sich von den Spice Girls getrennt, weil sie eine Krankheit hat. Die Spice Girls machen nur noch zu viert weiter. Dann viel Spaß. Musik. Ramona hat schon wieder ein neues Lied. Sie hat viele Lieder von Sailor Moon geschrieben. Sie ist groß rausgekommen. In den Schals steht sie auf den ersten Platz. Die Ärzte haben auch einen neuen Song geschrieben. Der Song heißt Männer sind Schweine. Report. Ramona hat am Dienstag, den 28.07.1998 ein Konzert von Sailor Moon. Sie eröffnet auch an diesem Tag ihren Fernsehgarten. Und jetzt zum Wetter mit Angelika Siebert. Ja, hallo meine Damen und Herren. Niedersachsen Sonne. Nordrhein-Westfalen bewölkt. Mecklenburg-Vorkommand. Regen mit Sonne. Sachsen-Anhalt Sonne. Schleswig-Holstein bewölkt mit Sonne. Bayern bewölkt. Baden-Württemberg Sonne. Sachsen Regen und zwischendurch Sonne. Rheinland-Pfalz bewölkt. Wettertext. Der Regen, der hört nimmer auf. Die Sonne, die nimmt ihren Lauf. So geht das schöne Wetter hin. Was morgen ist, das weiß kein Kind. Und jetzt zu den Verkehrsnachrichten mit Ramona. Stau. A2, 3 Kilometer. A7, 1 Kilometer. Im Wahndreieck 5 Kilometer. B3, 2 Kilometer. A500 Kilometer. A3, 6 Kilometer. Die Autobahn, die ich jetzt nicht angesagt habe. Dort ist freie Fahrt. Das waren die Antenne-Nachrichten. Antenne, das Radio. Am Mikrofon ist Ramona. Und sie haben jetzt das Lied von Ramona. Sailor Moon. Viel Spaß. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Ho Sailor Moon. Kämpfe für den Sieg über Dunkelheit. Folge deinem Traum von Gerechtigkeit. Du kannst es tun. Ho Sailor Moon. ..... Tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Oh Sailor Moon Kämpfe für den Sieg über Dunkelheit Folge deinem Traum von Gerechtigkeit Du kannst es tun Oh Sailor Moon Sailor Moon Sailor Moon Sailor Moon Sailor Moon Oh Sailor Moon Mondstein flieg und sieg Es ist zur Wahrheit Oh Sailor Moon Sailor Moon Oh Sailor Moon Antenne des Radio Am Mikrofon ist Ramona Und sie hören jetzt das Lied Alle Songs von den Sailor Kriegern Viel Spaß Und gute Fahrt weiterhin Sailor Moon 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 Das ist Jupiter! Das ist die Wiener! 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 Das ist die Saturn! Das ist die Uranus! Das ist die Neptun! Ansela Pluto Antenne des Radio News mit Julia Donnerstag, den 23.07.1998 Gary hat sich von den Spice Girls getrennt, weil sie eine Krankheit hat. Die Spice Girls machen nur noch zu viert weiter. Dann viel Spaß. Musik! Ramona hat schon wieder ein neues Lied. Sie hat viele Lieder von Sailor Moon geschrieben. Sie ist groß rausgekommen. In den Schal steht sie auf dem ersten Platz. Die Ärzte haben auch einen neuen Song geschrieben. Der Song heißt Männer sind Schweine. Report! Ramona hat am Dienstag, den 28.07.1998 ein Konzert von Sailor Moon. Sie eröffnet auch an diesem Tag ihren Fernsehgarten. Und jetzt zum Wetter mit Angelika Siebert. Ja, hallo meine Damen und Herren! Niedersachsen Sonne, Nordrhein-Westfalen bewölkt, Mecklenburg-Vorkommand-Regen mit Sonne, Sachsen-Anhalt Sonne, Stieße-Kolstein bewölkt mit Sonne, Bayern bewölkt, Baden-Württemberg Sonne, Sachsen, Regen und zwischendurch Sonne, Rheinland-Pfalz bewölkt. Wettertext Zum Sommer soll die Sonne scheinen, damit man glücklich ist daheim. Das Wetter war übrigens für den Freitag gedacht. Sozusagen ist das Wetter für Freitag, mit der Bescheid-Voraussage. Und jetzt geht's weiter mit den Verkehrsnachrichten mit Ramona. Stau A2 3 Kilometer, A7 1 Kilometer, im Wandreieck 5 Kilometer, B3 2 Kilometer, A5 100 Kilometer, A3 6 Kilometer. Die Autobahn, die ich nicht angesagt habe, dort ist bis jetzt freie Fahrt. A5 100 Kilometer, 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 Untertitelung des ZDF, 2020